Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend, meine lieben Freunde, willkommen zurück. Es ist mal wieder ein bisschen Zeit für Smash Yari. Okay, ähm... Wer Bowser dient, dient, stimmt, soll ich... Ja, okay, komm. Mindestens andere war jetzt, glaube ich, auch ein Mario-Enemy, aber macht ja nichts. Massenweise Gegner am laufenden Band besiegen sie alle. Okay. Nix vorbereiten. Passt da irgendwas? Gib mir... Gib mir was mit Gröl... Gib mir was mit vielen... Danke. Passt so, K.O. Heilungen, gib ihm. So. Achso, der schmeißt einfach... Der schmeißt jetzt mit Bowser's um sich, ja? Okay, sie spawnen einfach schon. Okay. Meine letzte Session ist actually ein bisschen her, aber... Es ist Smash, also man verlernt's irgendwie, oder? Okay. Ähm... Der... Komm schon! Ich musste mich jetzt erstmal irgendwie wieder im Burgen akklimatisieren, aber... Wir sind ja eigentlich, äh... Kurz vor Finish, so ein bisschen. Also kurz. Stirb durchs Atom! Ey! Das ist mein Buddy, den du da... Nein! Das ist mein Buddy, den du da verprügelst. Lass den in Ruhe. Und es hat überhaupt nichts damit zu tun, dass ich ihn gerade selbst weggeschmissen habe. Digga! Nur du! Nur für dich! Für dich, kleinen Bastard! Hol ich jetzt diese ganze Troppe hier raus. Kommt schon, stellt euch mal zusammen. Na, nein! Irgendwie hatte ich gerade im Kopf, dass er nach dem Rollen nach rechts guckt. Hör! Bäh! Ich liebe diesen Angriff. Habe ich das mal erwähnt? Gelegentlich. Es sieht so scharf aus. Okay. Hatte ich heute schon? Man weiß es nicht. Ja. Klick. Aber weil wir kollektiv sind... Kollektiv sein wollen... Machen wir das natürlich auch noch platt. Super Mario Reihe. Also... Ich meine, klar, wenn man sich Iggy angekündigt hat... dann war es mal wieder... Cool! Ich benutze... Gut, benutzen wir Taubnuss gegen Taubnuss. Alright. Ich hoffe ja jedes Mal, dass ich doch noch ein paar neue kriege. Ich habe die Geistertafel mittlerweile so dermaßen geplündert. Ah! Fick dich mit deiner... Trio! Hier wäre so ein Contact-Shar jetzt richtig nice. Ich hätte so Bock, die Alte zu Meteor smaschen. Da! Ich bin gerade ein bisschen hilflos, aber das passt schon. Ernsthaft? Klick! Ah, nicht Birdo! Die Alte! Klick! So, Timing ist alles. Och komm schon! Bah! Mal locker! Ich hasse Spammerei. Es macht's einseitig. Es macht's nicht mehr. Es macht's nicht mehr. Äh... Ich meine, ja. Strategie und so. Wenn man sich davon kriegen lässt, ist man selber schuld. Aber... Das will ich. Yay. Aber, äh... Wenn die spammenden Leute dann halt nicht adaptieren. Der Subrom-Armee, wahrer Führer, leitet dich zum Ziel. Triff deine Wahl. Say what? Also soll ich hinterher... Gibt's... Ja, gibt's ein Tabugeist? Ach, die sind... Er hat drauf geschissen, Alter. Die sind alle irgendwo... Ja. Die sind alle 39. Ich hab's, äh... Ich hab's so übertrieben mit dem... Mit dem Geister-Dojo. Einfach jedes Mal unterwegs. Rein. Und gib ihm. Ja, okay. Get it. Master Giant. Ach, mit HP! Well, shit. Nein! Ach, jedes Mal die gleiche Kacke mit Wolf. Jedes Mal. Warum lasse ich mich überhaupt auf so eine Kante-Spielerei ein? Könnt ihr das mal patchen? Knockback ist auch nicht so deins, ne? Woa. Hup! Rolling around at the speed of sound. Dinge, die ich nicht tun möchte. Wollen. Au! Again! Got ya bitch! Gewonnen! Hm? Gut. Master Giant. Hätten wir aber auch schon. Weiß ich. Ich schiele immer noch so auf die, äh... Letzten paar, die man beschwören kann. Also. Blüpp! Ja, ist mir doch egal. Wer hat jetzt... Oh, da. Oh. Okay. Dark Matr. Okay. Hilferschreck. Hilferschreck. Hilferschreck? Steiger angriffen, wenn man gegen Gegner kritische Treffer fallen. Manchmal super stark aus. Ausdauß-Mesh reduziert es mal. Äh. Mr. James. Ja. Autohallung. Bam. Besser wird wahrscheinlich nicht. Celebi ist sowieso OP. Hä? Du? Was willst du denn? Eih. Nö. No, you don't. Bats. Hatte ich den Kampf nicht... Bistig. ich war mit der blöden blume rechts endlich macht mal jemand aus der medien ich habe zwar echt vorsichtig gespielt aber kommt vier sterne noch eine runde der prophet der echt mega strange war in bayonetta 2 ich warte übrigens auf den dritten teil wo war der auf der e3 wo war wo war der nicht natürlich nein ernsthaft unter dem schuss durch eigentlich wollte ich hinterher springen aber irgendwie ist es dann doch so geworden aber gut bei ausdauersmash ist es der bessere vorleger weil die nicht so hoch fliegen also passt so aber dann haben wir es doch bald oder so oder darf ich nicht weiter tabu hi ja ist auch bayonetta genau so war das ausweich ich weiß gar nicht mehr hatte ich das ich habe warten wir den gerade da du bist metall schreck notfall alles autoheilung ich habe bevor ich die session gestartet habe im skill tree sogar auch noch mal metall schreck geskilled also sollten wir jetzt wahrscheinlich sogar ziemlich brutal eins und laser ja alles klar das macht schönen schaden auch bitch please oh shit nein you don't das ist so schön dass sie so groß ist ja mittlerweile also ich muss sagen auf der geistertafel ist der ganze scheiß natürlich um ein vielfaches schwieriger weil wir halt unsere unseren skill baum nicht dabei haben aber mittlerweile ich werde die aussage bereuen ich werde es bereuen und mittlerweile geht schon echt klar ach du ziehst mich da direkt rein nicht direkt bis fragezeichen ich will hier raus will zuerst ich will zuerst die anderen machen die old school oh gott die old school medusa ist ja hart drauf die kenne ich noch nicht an das bild hätte ich mich erinnert was auto ray na you don't okay cool wir machen damit einfach weiter wir machen einfach genau wir boxen uns einfach gegenseitig ins gesicht und gucken wer als erstes umfeld auf 99 mögliche evolution das ist sehr schön du kommst nachher direkt ins studio alte dann kannst du mal ein paar pfunde verlieren ok da will ich lang ja genau ach der minister der herr minister bildschirm kopf stand wollen wir nicht wir wollen aber dass die belohnung ein bisschen besser ausfällt haben wir nix in 9 nach egal bildschirm kopf stand wollte ich trotzdem vermeiden so kann mir beim und los das wird sonst oh well shit feuer Nein! Nein! Nein, nein, nein! Okay. Befürchtet, das wird heftig. Okay, das wird aber auch... Okay, okay. Das ist mein verfickter Kreisel jetzt. Puh! Ja, ihr habt eine tolle Recovery im Gegensatz zu mir. Ich hab's kapiert. Puh! Hat der wieder die Kante nicht gegriffen, der Bastard. Ja, wie wär's, wenn du... Du Schisser, komm da her! I see you. Ja, genau. I got your Radical. My Radical on you. Oh, bam. Wo ist er? Dann versteht man's ja. Okay. So, jetzt haben wir natürlich... Ja. Ich weiß, das wird ewig dauern, wenn wir da jetzt nochmal... Äh... Kann ich hier nochmal... Kann ich hier nochmal rauszoomen? Zoomen. Raus... Rauszoomen? Haben wir soweit? Man könnte doch hier... Ah. Vielen Dank. Wie hab ich das jetzt gemacht? Nee, man konnte den Winkel ändern. So war das. Okay. So, dieser ganze... Ja, genau. Dieses ganze Prozedere hier... Lass mich nur nochmal eben... Lass mich nur nochmal eben checken. Sehe ich hier irgendwas? Äh... Hier... Dinge... Achso, das war... Ja, genau. Das war dieses ganze Gedönse hier. Ach ja, da haben wir uns ja sehr durchgeprügelt. Ähm... Man konnte sich doch hier auch irgendwie umgucken. Ja, surf mal zu Ende. Ähm... Okay. Da, genau. Erstmal das. Und dann zoomt er natürlich wieder rein. Cool. Boah, das war so eine Kasperei. Alles klar. Achso, wir sind hier... Wir sind hier reingesprungen. Ja, ja, ja. Okay. Es tut mir sehr leid. Okay. Ähm... Ja, komm. Drauf geschissen. Überlänge Folge. Und, äh... Feuer frei. I'm ready for this. Nein, da lang. Nein. Jetzt geh da lang. Und jetzt lass dich hier mal so ein bisschen... Es tut mir leid. Das kommt so rüber, als... Ja, als wenn man da sich so ein bisschen im Klo runterspülen lässt. Ah, ist klar. Äh, ja. Volle Möhre. Komm schon. Riesenschreck. Schildschaden. Nee. Schildschaden. Ausweichhelfer ist natürlich nice, aber... Oh, komm schon. Muss ich jetzt echt selbst was aussuchen. Ähm... So, ja. Ja, ihr seid natürlich alle super. Ich weiß. Aber ich hätte gern was mit drei Slots. Really? Keine OP-Geister mit drei Slots. Metallschräg werde ich wahrscheinlich nicht... Ultra-Bremser werde ich auch nicht brauchen. Angriff hoch. Nachteil. Ja, toll. Helfer schräg. Ebenfalls nicht. Ausweichhelfer. Ja, komm. Dann ist es halt QTJ. Autoheilung. So. Und gib ihm. Pures Mesh-Duell. Ja, gib dein Bestes und Gewinner. Du bist... Ja. Ja, Max. Sping. So. Na, komm schon. Wow. Okay. Alter. Terrifying... Terrifying Kirby Enemy, Alter. Acht. Was ist falsch mit dir? Er lässt seine Augen... Okay. Ich mein, Kirby ist ja echt so ein Cuddly Puffball, ne? Aber die Boss-Gegner aus den Kirby-Games, die sind immer so terrifying. Was bist du, Mann? Die already! Komisches Cartoon-Comic-Augen-Monster. Creepy shit as fuck. Hm. Ja. Danke. So. Kann ich jetzt hier raus? Hm. Und das müsste dann jetzt eigentlich das dritte... Das müsste jetzt eigentlich das dritte gewesen sein. Die dritte... Sehe ich mich... Oder... Bin ich jetzt doof, weil ich so lange nicht aufgenommen habe? Rumble, rumble, raw. Mhm. Genau. Genau. Nee, war es nicht, oder? Doch. Hi. Du bist hier niedlich. In der Mitte ist Dars erschienen. Gut. Gut. Dann werden wir in der nächsten Folge... Ernsthaft... Lässt du mich jetzt hier stehen? Du bist ja scheiße. Darf ich hier zurückrennen? Gibt natürlich auch keine Abkürzung, oder? Das wäre ja mal nett gewesen. Das wäre ja mal wirklich, wirklich nett gewesen. Mir durch die ganze Kacke hier... Einmal so... Äh... Wieder ein... So einen ganzen Loop zurückzugeben. Aber nein! Spielstreckung! Buh! Ähm... Ach du Scheiße. Ja, natürlich. Äh... Ach so. Ja, toll. Na... Nein! Haaaah! Okay, Leute. Ich mach hier Ende. Also ich werd mich hier... Ich werd mich hier... Äh... Offscreen rauswuseln. Ihr könnt immer gerne Like abonnieren, kommentieren und oder teilen. Äh... Schön wieder im Sattel zu sitzen. Ich hatte zwar echt bei Smash noch einiges an Folgen pre-recorded. Ihr kennt mich ja. Aber... Äh... Ich muss mal... Ich muss mal wieder ein bisschen mehr machen. So in dem Kanal. Und äh... Ich... Sag mal... Äh... Äh... So. Und ähm... Ich hab sogar... Ich weiß gar nicht... Ich weiß gar nicht, ob ihr euch darüber freuen könnt, wenn ich sage, ich hab ein Retro-Projekt demnächst. Aber äh... Ich hab mal ein bisschen mit dem Emulator rumgespielt und äh... Ja. Okay. Cool. Aber ey. Ich bin ja schon weg für heute. Like out. Und dann... Und dann...